So Leute, ich habe mir zwei Gäste geschnappt. Einmal Rene Brain und einmal Katja-Journalist. Und die beiden werden jetzt sich gegeneinander battlen, denn es geht um eine Schätzeaufgabe. Ich stelle euch Fragen und ihr müsst schätzen, welche Zahl es sein könnte. Ihr da draußen könnt euch mitmachen, also holt euch was zu schreiben, dann könnt ihr eine Runde mitmachen. Es gibt sieben Fragen, heißt, es wird hoffentlich am Ende einen Gewinner geben. Außer ihr trefft genau richtig, aber das glaube ich nicht. Los geht's mit der allerersten Frage. Wie viele Structure-Decks gab es bisher im TCG und OCG zusammen? Das heißt, wenn eins daraus kam und das Preis über die 4LN war zusammengezählt? Das zählt als eins. Das zählt als eins, okay. Genau. Also nur Zahl. Insgesamt. Wir sehen hier Ratlosigkeit. Ja, also seit ever, ne? Wann war das erste Structure-Deck so? Frag mal die OCG, Leute. Ich habe schon was aufgestellt. Dann sage ich... Nee, nee, nee. Komm, einfach raten. Ah, der schreibt nicht. Wie, der schreibt nicht? Doch. Du hast einen Stift, warte. Du brauchst einen Stift? Da, ich habe meine Antwort. Okay. Dann würde ich sagen, zeige ich mal bei dir in die Kamera. Ich habe 61. 42. Oh mein Gott. 40 ist exakt, was es gibt, aber mit den OCGs dazu ist ein bisschen viel. Also, ich muss sagen, ihr seid echt dicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so nah rankommt. Insgesamt gibt es gerade 59 Stück. Oh, ich wusste, ich habe es richtig im Gefühl. Echt? Ja, dass so 42, 43 gibt es im TCG, aber im OCG gibt es noch mehr. Okay, krass. Verrückt. Okay. Punkt an René Reign. Yes. 1 zu 0. Aber noch ist nichts verloren. Es geht nämlich weiter. Ihr könnt ein bisschen wieder zurück. Gefühlt seid ihr gleich in der Kamera. Wie viele Karten hat das allererste Set, also LOB, also Legend of the Blue Eyes White Dragon, wie viele verschiedene Karten? Es kommt darauf an, welchen Print du hast. USA Print, deutschen Print. TCG. Das ist alles trotzdem unterschiedlich. Ich habe eine Zahl, ihr müsst ja nur nahe kommen. Also aktuelle Hauptsets haben ja 100 plus 1. Wie viel könnte das allererste Set haben? Also ich weiß, aber das Problem ist, es gibt so viele unterschiedliche Versionen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, welche du meinst. Deswegen haben wir ja auch eine Standardzahl genommen. Da würdest du das eher, glaube ich, einfach geraten? Nee, ich habe mal eine Zahl gelesen. Oh. Und es war auf jeden Fall mehr als 100. Ich kenne so zwei, drei Zahlen, aber das kommt darauf an, welche Region es war. Ja, dann bist du schon krass mehr informiert als ich so. Okay. Mal gucken. Dann würde ich sagen, zeigt eure Zahlen bitte. Ich habe 120. Okay. Also es ist krass, das ist echt gut. Also letzte Mal, als wir das gespielt haben, waren die Leute um 100 daneben und so. Okay. Die richtigen Anzahl, also laut dem Set, was ich hatte, 125. Oh, ja. Wieder leer. Das heißt, Viktor holt wieder den Punkt. Michi. Aber das war schon halt Klaus. Jetzt ist es an der Zeit. So. Wir gehen zu Kartenwert. Okay. Wie viel Wert ist gerade schöne Pearly-Erinnerungen? Eine Ultraware. Auf Karl Market, Deutsch, Near Mind, ist, glaube ich, Standard. Ist eh zu dem Zeitpunkt, wo ich recherchiert habe. Kann sein, dass der Preis jetzt schon wieder anders ist. Wann war das? War es Amazing Defenders? Ja, war Amazing Defenders. Wann war dein Recherchierungszeitpunkt? Freitag. Freitag, okay. Weit weg, dann wäre irgendwie so drei Wochen her oder so. Schöne Pearly-Erinnerungen. Okay. Genau. Ist die süße Karte, wo schön gewaschen würden. Ja, interessant. Du bist sehr confident, immer sehr straight drauf. Let's go. Ist ja nicht so, als ob ich manchmal auf Preise gucken würde. Oh ja, das ist schon krass. Okay, du hast auf. Ja. Beide wieder in die Kamera. Ja. Was haben wir? 17,50 zu? 23,49. Gut. 49? Ja. Bist du im Marketingbereich? Okay. Die richtige Antwort ist 13 Euro. Oh, ja. Und damit geht der Hund mal ein Cut-Journalist. Ja, ist runtergecrashed, okay. Ja, ist runtergecrashed, selbstverständlich. Heißt, zwei zu eins. Noch ist nichts verloren, aber auch noch nichts gewonnen. So, jetzt wird's richtig, Bild. Wir haben Battles of Legend jetzt gerade. Dort sind viele Reptilien rausgekommen. Ironischerweise haben wir damit aktuell alle OCG-Reptilien, auch im TCG, mit diesem Set. Okay. Die Frage ist, wie viele verschiedene Reptilienmonster gibt es? Das ist unmöglich zu wissen. Das musst du wirklich schätzen jetzt. Ich kenne so ein paar Themendecks, aber das sind nicht viele. Die sind ja auch nicht sehr groß. Es fehlen auch die ganzen Vanillas und so. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, alles. Reptilien. Ja. Ist ein sehr beliebter Typ. Ganz viel Unterstützung. Ja, doch. Wo hast du die Zahl denn her? Tja. Naja, einfach mal gesucht. Oh mein Gott, okay. Das ist Vorbereitung. Okay, dann sage ich. Also Reptilienkarten, also auch so Fallenkarten, die neuner Monster vom Typ Reptil sind. Okay, genau. Und auch, da sind jetzt nicht mitgezählt Karten, die im Text haben, diese wird zu Reptilien, so viel Spielfeld liegt oder so. Sondern wirklich nur Reptilienmuster. Ich weiß, dass, ironischerweise, glaube ich, kurz an der Recherche im OZEG eine neue Reptilienkarte angekündigt wurde. Ja, gut. Ja, ja, also die ist jetzt nicht drin. So. Ah, was soll's. Ja. Okay. Einmal in die Kamera, bitte. Was haben wir da? 400. 98. 98? Ne, jetzt gibt es 400. Es gibt weit, man. Es gibt, ja, 400, das wäre schon, also von den 10.000 Karten, dass das Reptilien alles sind, das finde ich schon ein bisschen rough feel. Also ich dachte so, gerade Vanillas, so gibt es schon mal ein Thema. Es gibt halt so Achtheit als Reptilien-Thema, ich glaube, Reptilianisch und so, aber die sind alle nicht sehr groß Aliens, aber, na, mal gucken. Die richtige Antwort ist, es ist eine dreistellige Zahl. Ja, aber es kann ja 102 sein oder so. 141. Ja, ja, da war ich gar nicht weit weg. Das heißt, Victor holt den Punkt, 3 zu 1. Und wieder ein Stück zurück, ihr seid gleich in der Kamera. Ich bin einfach winzig im Vergleich dann immer. Sorry, du willst lieber groß sein, ne? So. Es gab ja gerade vor kurzem, also vor kurzem sind wir relativ, aber eine Verbotsliste. Ja. Wie viele Veränderungen gab es auf dieser Liste? Also eine Karte, die verboten, limitiert, halblimitiert wurde. Also ja, die Statuswechsel, die wechselt. Genau, Statuswechsel. Boah, das hatte ich sogar noch im Video gesagt. So. Oh, dann ist es ja voller... Nein, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist ja das Ding schon ein bisschen her. Ich würde sagen, go und wir lassen nicht zu viel Zeit, weil sonst zählt hier gleich jemand die Karten einzeln. Nein. Okay. Wie viele Veränderungen. Wir haben doch alle zusammen die Reaction gemacht, Mann. Stimmt eigentlich. Vorteil hat jetzt keiner. Vorteil hat keiner jetzt. Aber du hast dich nochmal danach mit Luis befasst. Ja, genau. Aber du willst ja wissen, ob es viele waren oder wenige Veränderungen. Tja, du musst eine Zahl aufschreiben. Ja. Ach, hast du schon? Ja, er ist confident. Er ist gleich rein. Tja, der will ja, dass wir schnell machen. Okay, ich habe eine Zahl. Okay, was haben wir einmal? Ich habe 23. 25. 15. Oh. Oh Gott. Es waren 25. Ja. Wie gut. Ja. So nah dran. Ich wusste, dass es irgendwie ganz bevor schon 31 nehmen. Aber es sind echt viele dann. Ja, da waren sehr viele. Habe ich jetzt gewonnen mit 4.1? Ja, also mit 4.1 hast du offiziell gewonnen. Aber, da die Leute ja auch zu Hause mitspielen, machen wir Bonusrunden hier, damit du noch ein bisschen punkten kannst. Ja, damit es die Klappe aussieht am Ende. Oder weiter. Wie viele verschiedene Karten gibt es in den OTS-Pack 21? Deutsche Edition, sehr wichtig. Portugiesisch hat nämlich mehr Karten drin. Ach so. Hat wirklich. Weil verschiedene Karten. Okay, bei dem her kann ja die in dem selben Rarity zweimal sind. Ja, unterschiedliche Rarities. Wie viele haben OTS? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht so auf dem Schirm immer. Also, kleiner Spoiler. Es ist nie immer gleich. Ja, es ist immer unterschiedlich. Das hat ein bisschen was mit den Spielmarken zu tun. Und je nachdem wie viele Spielmarken wir kriegen, dann kriegen wir auch unterschiedliche Anzahl. Das streiche ich mal durch hier. Ja. Okay. Haben wir? Ja. Okay, was haben wir? 30. Ich habe 41. 41? So hoch? Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe kein Gefühl, ich hätte dafür 40 vielleicht bloß mich. Die richtige Antwort ist 27 Karten. Oh wow, so klein. Okay. Ja. Man zieht die oft doppelt eigentlich. Ja, aber ich denke mal so. So, und weil wir in der Bonusrunde sind, gehen wir die Bonusrunde der Bonusrunde. Was? Und wir spielen nicht alles oder nichts, weil das wäre unfair. Nein. Das ist jetzt die letzte Frage. Nein. Ja, wir nehmen jetzt die letzte Frage, die siebte. Wie viele Produkte kamen im Jahre 2022 raus mit SpeedDuel und mit OTS-Pack eingerechnet? Okay. Okay. Oh, da scheint Michi kommt wieder. Also selbst so Spielmatten und so. Nein, Produkt meine ich Kartensets. Kartensets. Also. Aber Structo Deck zähle ich mit. Das ist ja ein Kartenset. Ja, hier wird sehr überlegt. Er rechnet durch. Er rechnet, glaube ich, wirklich durch. Oh mein Gott. Er hat Mathematiker am Start. Ja, wobei. Ja, doch. Okay. Was haben wir? Ich habe 24. 21. Oh. Close. Und ihr seid nicht mal weit weg. Okay. Wow. Das krasse ist, wir haben das allererste Mal eine Punktlandung. Oh. Und zwar, es waren 24. Ich wusste es irgendwo bei 20. Ich habe im Kopf durchgezählt. Hey, du lässt ihn doch nicht hängen. Nicht hängen lassen. Hallo. So, oh mein Gott. Ja, Leute. Ich freue mich gerade sehr. Er hat nochmal schön eingeholt. Schön eingeholt. Trotz der Punktlanden, trotz des Einholens, hat Drinibrain ganz klar gewonnen. Ja. Sehr geil. Und ja, das war die Runde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Das war mega Spaß dabei. Kannst du nochmal machen. Jetzt hat er Bock, jetzt hat er Bock. Jetzt will er gewinnen. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim... Duellieren. Ja.